Und dann bin ich wieder und weiter geht es. Let's play Minecraft. Und so geht's. Immer diese Motorikprobleme hier. Ausbauen. Wie gerade wegen der dummen Fucke kann ich nicht antworten. Fucke weg. Jetzt? Ah, jetzt kann ich nicht antworten. Ist das nicht wunderschön, unser Eisenerz? Und es gehört nur uns. Jetzt müssen wir hier Wasser kramieren. Und jetzt? 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 Ich muss es... Alles klar. grim Chemical steht mit ob die Ute schweigswürdig veröffentlicht wird und wird erzielen vorhin wird der nicht noch bauen das wird das abzule also ich werde wahrscheinlich Naja, bisschen was hier in diesen Himmel reinbauen. Ein riesiges Bauwerk setzen. Dann werde ich irgendwo unterirdisch so eine Art geheimen Station bauen. Das hätte ich mir gleich noch. Ja, jetzt einfach das Eisenerzchen nicht mehr. Dann hätte ich mir nur auf Fickte Schere gewerften können. Egal. Natürlich habe ich das falsche Verhältnis genommen. Ach, rotz. So, jetzt einfach. Fackel, alle zwei Föder, Wasser einmal rein. Dann dürfe dann stilles Wasser entstehen. Dann würde ich hier rein sitzen. Dann würde ich hier rein sitzen. Super. So. So. So vorgeholt. So verliere ich das noch nicht mehr. So. 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 Vielen Dank. Und perfekt. Ich habe so nur 10 Samen, also ja. So. Weil ich mehr Samen habe, so sieht es sonst wird angepflanzt. Tja. Das könnten wir jetzt nicht machen. Oh ja. Seht doch. Das werde ich als erstes machen. Hier auf dem Wasser eine fette Welle bauen. Hohoho. Das würde sich ja cool wären. Oh. Oh. Nein. Aus. Böses Ding. Entschuldigung. Ich habe gerade ein Mikrofon rumgespielt. Einmal Eisen habe ich noch. Ich habe hier noch ein bisschen Holz. Holz brauchen wir jetzt noch. Holz ist ein wichtiges Material, wie schon gesagt habe. Natürlich lange wir einmal zu. tun unsere. Umso wir uns auch mal einen Berg. Da können wir uns auch mal richtig schön bergfesten bauen. Richtige Bergfestung. Ich werde noch mal den Budweiss auch mal Multiplayer machen. Ja. Mit irgendjemandem. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mal ein bisschen schwecksamen halten. Ach man ist schwäcksamen heute. Vielleicht hätte ich es von mehr zu erzählen. wir haben was soll ich erzählen das weiß ich gar nicht was man erzählen kann alles meist stehe ich auf Arbeit immer rum habe die letzten Bauideen für Minecraft dann bin ich hier und spiele es alles 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 nun und wir haben gerade die Äpfel gefunden das scheint diese Bäume zu sein die Äpfel zu geben die Äpfel die Äpfel die Äpfel die Äpfel die Äpfel das ist so gut hier ich fühle mich die Äpfel haben wir alles ich spreche Art Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020